Hier vorne haben wir einen Tab, klebt eine nackte Nacktschnecke drauf. Die ist so richtig nackt und die stört. Die stört mich, denn das stört den Natururin, das ist voll scheiße. Aber mir sind auf jeden Fall in der letzten Nacht mehrere Nacktschnecken rüber gelaufen. Hier guckt mal, guckt euch das mal hier vorne an. Das ist mein Schlafsack und hier sind Nacktschnecken-Spuren. Das haben genau diese Viecher hier vorne verursacht. Ich wurde gerade von dieser scheiß Mücke geschocken. Das juckt hier rum. Hier sind auch ganz viele scheiß Mücken, die nerven mich. Die haben mich auch die ganze Nacht genervt, diese scheiß Mücken. Die Mücken müssen weg. Boah, guck mal, hier laufen überall diese ganzen Käfer hier rum, die hier schon ganz viel Scheiße und so weiter in ihrem Leben gefressen haben. Und Durchfall und so. Die krabbeln hier mit ihren scheiß Fingern an meinen, wie heißt das doch mal, Gaskartusche und Kocher dran. So, damit mein Magen voll wird, werde ich jetzt noch was zum Essen kochen. So, Freasen ist fertig. Und das schmeckt wieder voll cool.